Willkommen zu einem neuen Video, jetzt bin ich wieder auf dem Splashot Kanal hier, der Splashot am Start, okay, die war echt schlecht, die Begrüßung, aber macht nix. In diesem Video zeige ich euch, wo der Battle Pass Stern, also der geheime Battle Pass Stern oder so, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Banner oder ein Stern war. Auf jeden Fall müsst ihr alle der Woche 7 Challenge, also alle Aufgaben der Woche 7 Challenge absolviert haben, um euch diesen Battle Pass Stern zu holen oder ein Banner. Na, ich weiß nicht, was das genau ist, wir werden es hier sehen. Ein Battle Pass Stern, also hier Leute, werdet ihr finden von den Battle Pass Stern, irgendwo holt ich den auch hier gerade, auf Ehre ab. Einfach nur einsammeln, hier bei Polar Peak, bei diesem, zeig ich euch auf der Karte, hier oben drauf, also hier in diesem Turm halt, wo halt der, ja, Drohnen ist. So, fiel mir gerade das Wort nicht ein. Falls ihr das Video cool findet oder öfters so Videos sehen wollt von den geheimen Battle Pass Stern und von den Challenges, also die Challenges werde ich halt immer streamen. Und, äh, sonst halt die, äh, geheimen Battle Pass Sterne. Dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen, wäre auf jeden Fall nice. Und halt auch mal, teilt auch mal gerne den Stream, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hatte vor, ein neues Format aufzunehmen, also falls ihr noch jetzt am Start seid, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lässt, wie ihr das findet. Ich wollte mal halt in der Spielwiese einfach mal reinjoin, halt, äh, auffüllen, halt ich alleine auffüllen in die Spielwiese. Und dann wollte ich halt gucken, ob ich, äh, Deutsche, also jemand, der Deutsch spricht, findet und dann halt ein bisschen mit den Reden so halt anfreunden, halt so Deutsche suchen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das Format nennen soll, also wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr mir da ein bisschen was, äh, vielleicht so eine Idee habt, wie ich das Format dann nennen soll. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.